SO NE VERFICKTE SCHEUSE Das meine ich Livestream Was ist das? Ganz ehrlich, da kann ich auch nicht mehr lachen Was ist das? Ganz ehrlich, was ist das? Ich geb ihnen... Alter, Mann, das ist so eine Fresse, Mann, warum trifft die Waffe nicht? Ich dreh so durch, ich dreh so durch, Mann Ich dreh so durch, als ob der mir so eine scheiß Kritz wiedergibt, Mann Alter Spolte, Mann, ich versteh dieses Spiel nicht, Alter Das ist so random, dieses Blooming ist so eine random Bullshit-Scheiße, Alter Wie viele Tode ich deshalb einfach schon gestorben bin, Mann Und so ein scheiß Familienvater mit Nosekin, er wächst mir wieder so ein Damage in die Fresse, Alter Ich hab die Schnauze, echt ohne Scheiße, ich hab die Schnauze so voll von diesem Toten Digga, was der für ein Damage raushaut, Mann Er kriecht auf den Boden, und er fickt allen so das Leben raus, Mann Heilige Scheiße bin ich da salzig, Jungs Ey, ey Loll, das war, äh, mehr als knapp Ich guck doch wieder nicht mehr Oh, jawohl, Carsten, Alter Wichst die alle auseinander, Mann Wo ist da irgendwie noch n... Das schillte einfach so ein Leben, ey Was gibt es eigentlich, wenn man das abbaut? Gibt es Stein oder Holz? Das probieren wir jetzt Sieben Küsten, ja, ich hatte aber schon sechs, Digga Dann will man einmal was probieren und dann passiert sowas, ey Ach, du dummes Arschloch, Mann Diese verfickten Stignals Ich dreh so durch, Mann, was für scheißen Hubs Ich sterbe! Ihr Whackenpisser, Mann Hier ist noch einer bei mir Der ist rechts Alter, es geht hier ab, Digga Ich kann die hier einfach alle weglasern Nein, danke Hat er irgendwo heal? Ach, Mann, ich hasse meinen Bauautismus Jungs, bei mir, Gegner, Hilfe Komm mal Wart durch, Junge Ich fülle immer wieder Ich bin so ein Huresaun Fick seine Wunder JAH Nein, doch hin Nein, doch hin Ich hab 10 auf 10 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Wo ist der? Der letzte Tag habe ich bei Facebook geguckt Da hat irgendeine was geschrieben Ich weiß auch nicht mehr was Jetzt hat die Linkbegebung pass Was du denn jetzt zurückgeschrieben? Hure? Einfach Hure, Bruder, das hat mich also aus dem Dingsfresser gehauen, dass ich das Rednerpick hab. Ich bin da mit meinem Leben, Alter. Du weißt doch, was ich mein, ne? Ja, ich weiß es noch. Boah, jetzt wird mein Wasservorlachen umgefallen, du Ansohn. Digga, ich werd ja gleich jetzt gefickt, Mann. Junge! Ach, so ne verfickte Scheiße! Mann! So ne Scheiße! Verfickte Arbfucker! Boah! Mann! Digga, wie schnell er droppt, Mann! Mann! Ah! Ah! Mann! Ich versteck mich nicht. Nein, bitte nicht. Der ist neben dir, der Kriecher. Nein, du hast ihn runtergeschossen. Der ist neben dir, Danny! Ah! Nein, ich hab dich getroffen! Ah! Inschallah! Oh mein Gott! Jawohl, ich lebe wieder! Ah! Nein! Ich hab dich getroffen! Ah! Oh mein Gott! Jawohl! Ich lebe wieder! Ah! Mann! 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 Da sind wir mal wieder beim Thema! Als ob wir das verlieren! Och Mann, ey, so ne Scheiße, alter! Also, dass ich mich immer wieder übertreffe, Digga! Der ist jetzt nicht wirklich runter! Junge, Junge! Was für Spezialisten. Ja, moin. Muss los. Bisschen am Leggen bist du ja schon, Kollege Schnürschuh. Ich zieh da mal ab. Ja, easy. Das steht gut gehen, Over, Digga. Hau rein. NEEEINN! I a hoher Dänen! Na, es ist noch gelohnt, bisschen zu bleiben. Geil. Okay, haut rein, Lübz. Ich geh auch rein, Digga. NEEEINN! Panzer kommt. Naja, der ist im Urlaub, hat er schon gesagt. Achso, zur Erwartung. Ja. Was steht eigentlich die 4 für Lifestyle? Vor paar Jahren noch, Digga, habe ich mir gegönnt, ne? Vor paar Jahren habe ich mir noch gegönnt, was Ladies angeht. Da war so meine 4 Sachen im Leben. Freunde, Zocken, Ladies, Animes, ne? Jetzt ist es halt Freunde, Zocken, meine Freundin, meine Lady und Animes, Digga, ja. Ja, Controller fast leer. Ne, ne. Das wüsste ich halt schon mal gerne. Ja, Digga, was haben wir, wenn Damage raushaut? Alter, es ist einfach nur unbalanced. Einfach nur unbalanced. Ich hatte 200 Leben. Digga, ich bin sofort tot. Oh mein Gott, ist das lächerlich, Digga. Ist das lächerlich. Ohne Scheiß mal. Ich habe ihn drinnen. Lecker drauf. Unten zu und zu, er ist raus, oder? Ist er dann noch drin? Ja, der ist auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Bruder, komm jetzt. Der ist wohl angehitten. Ich nehm ihn auseinander jetzt. Ja, knapp, du hast mich eingebaut, du Arsch. Bleib stehen. Ich habe ihn, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Ja, komm, ja, zu. Ja, komm, ja, wir werden. Hier ist noch Pound. Mach den, Ralf, falle rein. Ja. 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 Ja, ich kann hier wirklich hören. Oben, oben und unten. Das klatscht. Oh, er wollte sich richtig Zeit lassen, der kleine Lümmel. Hättest du mal abgedrückt, Bruder. Ist der dritte Chuck jetzt, innerhalb von ein paar Runden, Jungs. Ja. Okay. Alles an, was geht. Uh. Eieieiei. Du Made. Da habe ich dich ausgezogen. Nackig gemacht. Gott. Snipe den Gott nicht an. Ich bin low life. Mach nicht so, Bruder. Das ist scheiße Leben beendet, Mann. Ich werde dich angreifen. Ich bin immer noch low life. Oh, shit. Deine scheiße Mutter stinkt nach alten Tracer, Alter. Dein Freund sprung gerade, Digga, auf den Stuhl war geil, Alter. Alter, du Hurensohn. Alter, du Hurensohn. Du Hurensohn. And 2012. I �'wurensohn für dr possibile. Ze wish ich das acquiring. Oh, shit. Wie ich